Hi, ist Chrome OS 100 heute auch auf deinem Chrome Programm gekommen? Google hat es geschafft, Version 100. Ich sage dazu nur Prost. Von manchen bereits 2019 abgeschrieben, wird Chrome OS dennoch weiterentwickelt. In diesem Video zeige ich dir all die tollen neuen Funktionen und was noch so in der Pipeline ist. Auf geht's! Ja, zunächst einmal bekommst du mit der neuen Version von Chrome OS auch die nächste Version von Chrome. Das ist Version 100, die ein paar Sicherheitslücken schließt. Und wie du hier auf dem Bildschirm siehst, hat sich das Logo verändert. Auf der rechten Seite siehst du, dass 2022 der blaue Kreis in der Mitte größer geworden ist und auch ein bisschen dunkler. Ich finde, das sieht schick aus. Und wie du hier siehst, wurde nicht nur das Logo von Chrome angepasst, sondern das Logo auch übernommen für Chrome OS. Das gleiche Symbol wird hier angezeigt. Weiterhin gibt es noch eine Funktion. Du siehst hier mein Blog. Es gibt einen Chrome-Fleck. Und wenn du dieses Chrome-Fleck aktivierst, dann hast du die Möglichkeit, in einem Tab von Chrome einen Lautsprecher anzuzeigen. Und mit diesem Lautsprecher kannst du die Audio-Ausgabe steuern. Ich habe hier ein Video auch von meinem Kanal. Ich spiele das hier ab. Und hier oben erscheint jetzt das Lautsprecher-Symbol. Und wenn ich das anklicke, dann geht das sofort aus, wie es sein sollte. Wunderbar! Ich hatte gesagt, Chrome bringt Sicherheits-Updates mit. Schau hier, dass du die neue Version installiert hast. Starte gegebenenfalls dein Chrome-Book neu. Und dann sind die Sicherheitslücken geschlossen. Ja, in dem neuen Blog-Eintrag von Google zu Chrome OS 100 steht hier Find more with a new launcher. In den letzten Versionen gab es schon ein paar experimentelle Flex dafür, wie man das aktiviert. Vielleicht ist dir diese Funktion daher nicht neu. Google meint, sie haben das mit Chrome OS Version 100 produktiv gesetzt und stellen das zur Verfügung. Aber ich konnte das nicht feststellen. Ich habe den bekannten Fleck wieder dazu gesetzt. Du kannst das wieder in den Chrome kopieren und dann aktivieren. Wenn du das machst, dann drückst du die Alles-Taste und siehst hier dann den neuen Launcher. Und in diesem Launcher kannst du die Apps nach Namen sortieren oder nach Farbe. Und oben in dem Suchfeld, da kannst du an verschiedenen Orten suchen. Und was neu ist, ist, dass du auch deine geöffneten Tabs im Hintergrund vom Chrome durchsuchst. Und das mit den Tabs zeige ich dir hier auf der linken Seite. Celebrating. Dann zeige ich dir hier meinen zuletzt geöffneten Tab an der Stelle, den du hier siehst. Wunderbar. Also wenn du viele Tabs geöffnet hast, dann hilft dir das. Tolle Sachen. Ja, eine weitere Funktion, die aufgebaut wurde, ist die Kamera-Funktion von Chrome OS. Ich öffne die hier einmal. Das ist meine nicht ganz so gute Webcam. Und wenn du hier nun auf Video gehst, dann gibt es auf der rechten Seite die Option GIF. Und mit dieser Funktion kannst du lustige kleine Videos aufnehmen, die im GIF-Format abgespeichert werden. Und die kannst du dann teilen. Ich drücke hier mal auf Start, Aufnahme, Start. Hallo, hallo, hallo. Und jetzt sieht man da, wie ich rumhample. Und das könnte ich jetzt verschicken oder speichern. Die nächste tolle Funktion ist die Erweiterung der Diktierfunktion von Chrome OS. Das zeige ich dir hier einmal. Vielleicht hast du dieses Symbol Bedienungshilfe nicht unter deinen Schnelleinstellungen. Deswegen öffne ich mal die Einstellung von Chrome OS. Gehe hier einmal auf Erweitert und auf die Bedienungshilfen. Da kannst du dieses Symbol aktivieren, was ich eben hatte. Und wenn du hier weiter runter scrollst, dann siehst du hier Diktierfunktion aktivieren. Und Sprachaufnahme, Deutsch werden zur Verarbeitung an Google gesendet. Das musst du natürlich wollen. So, und wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir einmal hier. Ja, ich gehe in den Chrome, gehe in die Suchleiste hier und aktiviere mal die Mikrofonfunktion. Löschen. Löschen. Hilfe. Da zeigst du dir Möglichkeiten an. Also guck dir das mal in Ruhe an. Ich hatte noch so meine Probleme, als ich das getestet habe, aber es ist schon gar nicht so schlecht. Eltern haben nun neue Möglichkeiten unter Family Link. Wenn ein Sohnemann oder die Tochter in der Schule ist und Chrome OS nutzt, dann können diese nun unter Family Link gesteuert werden. Das heißt, sie sind mit dem Google Education Account angemeldet und das wiederum erscheint in dem Family Link. Guck dir das Video hier an, was ich auf meinem Blog dazu verlinkt habe und viel Spaß damit. Manchmal ist es nicht ganz einfach festzustellen, wann Google eine neue Funktion zum Experimentieren freigegeben hat oder sie nun wirklich freigeschaltet hat. Falls du die Kalenderfunktion unten rechts noch nicht kennst, zeige ich dir sie einmal hier. Diese Kalenderfunktion kannst du mit einem Fleck seit 1.2 Chrome OS Versionen scharf schalten und nun wurde diese nochmal aufgebohrt. Ich zeige dir das Fleck einmal hier. und öffne die Fleck-Oberfläche von Chrome OS. Das ist immer noch ein Experimentier-Status anscheinend. Ich habe das aktiviert und zu was führt das? Wenn du hier unten rechts jetzt auf das Datum drückst, dann zeige ich dir hier einen Kalender an, wo du dich hin und her bewegen kannst, in Monaten vor, zurück und so. Hier siehst du einen Punkt und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann siehst du einen Termin, den ich heute eingestellt habe im Google-Kalender. Ich doppelklick jetzt mal und nun geht der Kalender auf und hier auf der rechten Seite siehst du jetzt Video aufnehmen. Mal sehen, wann Google das komplett freigibt, dass man das in den Einstellungen einfach aktivieren kann. Ja, was ist noch so in der Pipeline? Also es tut sich zuerst noch einmal etwas bei den Android-Versionen und wie du hier siehst, wird sich die Architektur ändern. Hier auf der linken Seite sieht man noch die alte Struktur. Dort spricht man noch von einem Android-Container und Updates dafür konnten nur bereitgestellt werden, indem man den gesamten Chrome OS-Kern erweitert hat. Und das ist natürlich schwierig. Und auf der rechten Seite sieht man nun die neue Struktur. Dort spricht man von einer virtuellen Maschine, VM. Das ist das gleiche Vorgehen wie beim Linux-Modus, wo man Debian bereitstellt. Und dort kann man neue Updates ohne Chrome OS-Kernänderungen bereitstellen, was natürlich alles einfacher macht. Und so kann Google in Zukunft schneller für uns Android-Updates bereitstellen. Also das ist eine tolle Entwicklung. Was jedoch noch nicht passt, ich habe das hier auf meinem Blog einmal dargestellt. Es soll auch Android 11 Einzug erhalten. Es wird nämlich schon seit 2021 ausgerollt. Und das ist noch nicht der Fall, wenn du hier einmal unter Apps klickst und dann Google Play Store, Android-Einstellung verwalten und dann auf System und dann über das Gerät. Und dort steht ja noch Android-Version 9. Also das kann ich noch nicht bestätigen. Aber es ist gut, dass Chrome OS dementsprechend erweitert wird, dass wir in Zukunft schneller neue Funktionen erhalten. So, nicht direkt auf deinem Proben-Book, aber im Hintergrund macht Google viel, um Entwickler für Chrome OS anzulocken. Ja, hier siehst du den neu gestalteten Webauftritt vom Chrome OS Dev, wo du auf der linken Seite das baldige Logo von Chrome OS siehst, was nämlich mit Version 101 oder 102 umbenannt werden soll. Das ist aber noch nicht alles. Hier sollen Entwickler dazu gebracht werden, dass die auch für Chrome OS Geräte ihre Apps bereitstellen. Und auf der linken Seite gibt es ja Lerninhalte, was das überhaupt bedeutet, unter Chrome OS für Android Web im Ausbildungsbereich oder im Spielebereich Anwendungen zu entwickeln. Wie man die bereitstellt, aber wie man die auch entwickelt. Und das nicht auf anderen Maschinen wie PCs oder Macs, sondern unter Chrome OS im Linux-Modus von Chrome OS. Das zeige ich euch jetzt nicht im Einzelnen. Ja, natürlich sind nicht alle Inhalte auf dieser Plattform komplett neu. Es gibt ältere Inhalte, wie zum Beispiel zu Publish veröffentlichen, wo es einmal darum geht, wie man überhaupt als Entwickler über Google Play etwas bereitstellt. Aber es gibt auch einen älteren Newsartikel von 2020, wo diese neu modernen Progressive Web Apps zum Beispiel bereitgestellt werden über Play Store. Das geht hier. Hier wird beschrieben, wie man das macht. Und so soll die Entwickler eine einfache Möglichkeit bekommen, ihre bereits entwickelte Web App auch über Google Play bereitzustellen und so eine Einnahmequelle zu generieren. Und wir Benutzer bekommen so weitere neue Apps, die einfach im System integriert sind. Und über Google Play kann man wirklich sehr einfach weitere Apps finden, die man gebrauchen kann. Eine tolle Entwicklung, wie ich finde. Ja, die letzte Sache, von der ich dir noch berichten möchte, ist die Tatsache, dass man auch die Google Admin Überfläche erweitert hat. Für die Leute, die in einer Schule, in einer Universität oder in einem Unternehmen Chromebooks administrieren, auch dort hat man etwas optimiert. Es gibt nun einen besser gestalteten Report, wo man auf einen Blick besser sehen kann, in welchem Status sich die einzelnen Geräte befinden. Und so kann man besser und komfortabler reagieren. Es ist wichtig, dass Google auch sowas immer weiter optimiert. Denn Chrome OS und Chromebooks kommen ja aus diesen Bereichen. Und gerade das sollte man optimieren, damit auch wir Privatanwender immer mehr davon haben, dass aus diesem Bereich neue Dinge zu uns rüberschwappen. Sehr gut. Ja, das waren eine Menge neuer Dinge. Es ist schön zu sehen, was Google alles in der Pipeline hat und alle vier Wochen zur Verfügung stellt. Apropos alle vier Wochen, mal gucken, was nächsten Monat bereitgestellt wird. Ich bin schon sehr gespannt. Danke, dass du das Video bis hierhin geschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen hoch da. Abonnier den Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder um Kogen OS und SNAPs geht. Habt noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao. 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 Ciao.